Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. In einem Rücksitzhaus mit einer langgeführten Gewaltschlacht. Soll ich sie aufgeben? Das ist undenkbar. Ich liebe die Stube. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann seid ihr Armee im Kirchbach. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle in einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetauscht. Dann entlösen wir die Westfront. Dann hat sich das Fälle in einem Befehl. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Mein Führer. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das jetzt. Fägelein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020